Vielen Dank für die Einladung und auch dafür, dass Sie wirklich so zahlreich hier alle da sind. Sehen Sie es mir nach, wenn ich ein bisschen öfter auf meine Unterlagen schaue, weil ich ehrlich gesagt, Herr Holl hat es ja schon gesagt, nach diesem Wochenende dann doch etwas platt bin. Aber ich glaube, wir haben es alle ganz gut überstanden. Als ich die Ankündigung für die heutige Veranstaltung geschrieben habe, da gab es zwar schon erste Umfragewerte, die so eine Tendenz in diesem Europawahlkampf in Frankreich gezeigt haben, nämlich die Tendenz, dass Marine Le Pens Rassemblement National im Vergleich zu den Europawahlen 2019 nochmal Prozentpunkte zulegen wird. Aber was sich damals noch nicht ganz so stark abgezeichnet hat, waren zwei Dinge. Zum einen, dass Macrons Parteienbündnis Renaissance so weit abgeschlagen sein könnte. Also aktuelle Umfragen, die sehen Macrons Bündnis bei, je nachdem welche Umfrage man sich anschaut, zwischen 15 und 16 Prozent. Le Pens Rassemblement National bei 30 bis 33 Prozent. Also jetzt nur mal im Vergleich, 2019 hat zwar auch der N die Europawahlen in Frankreich gewonnen, aber sehr knapp mit 23 Prozent zu 22 Prozent vor Renaissance. Und zum anderen zeigt sich jetzt gerade, dass sich da so richtig und zwar mit Volldampf ein neuer Shootingstar am Himmel der französischen Politik aufbaut und dass dieser Shootingstar eben einen großen Teil dazu beiträgt, dass die Partei der RN gerade in den Umfragewerten so gut dasteht. Es geht um Jordan Bardella. Über ihn möchte ich heute in erster Linie reden, weil meiner Einschätzung nach Bardella wirklich dafür verantwortlich ist, auch dass es so einen großen Gap gibt zwischen Renaissance und dem RN. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Name geläufig ist, ob Sie sich mal angeschaut haben, wie der, ich sage bewusst, junge Herr aussieht. 28 Jahre ist er alt, schnittig, hübscher Kerl, objektiv gesehen, smart, rhetorisch mittlerweile sehr, sehr gut. Er hat sich sehr lange coachen lassen und ist wirklich weit vorne, was die Rhetorik angeht, auch wenn inhaltlich, politisch eigentlich nicht so viel bei rumkommt, aber er macht einfach eine gute Figur. Und ich sage ganz bewusst Figur, denn Jordan Bardella ist ein Politiker, ja, aber er ist oder er wird immer mehr, finde ich zumindest, und auch da wieder meine persönliche Einschätzung, zu einer Art Kunstfigur. Er stilisiert sich als Popstar, das sagen auch schon die französischen Medien, und er ist damit wirklich auch die perfekte Person, um diese extrem rechte Partei von Marine Le Pen endgültig salonfähig zu machen, wählbar zu machen für alt, aber vor allem auch für die jungen Leute. Machen Sie sich nur mal den Spaß, ich habe das die Tage getan, und googeln Sie Jordan Bardella, am besten über einen französischen Browser, und Google ergänzt einem ja immer so, wenn man eingibt, ein Name, und dann wird ja direkt, werden Vorschläge ergänzt. Der erste Vorschlag bei Jordan Bardella ist Europaparlamentarier, gut, das ist er, wäre glaube ich schlimm, wenn es nicht so wäre. Der zweite Vorschlag, den Google ergänzt, ist Jordan Bardella Freundin, und der dritte Größe. Also da merkt man schon so wirklich viel, bevor es dann zu politischen Initiativen von Bardella geht, muss man echt weit nach unten gehen in dieser Liste an Vorschlägen, um die Google-Suche zu ergänzen, denn, habe ich ja schon mal gesagt, inhaltlich kommt nicht wirklich viel von ihm. Aber er pflegt eben auch ganz gezielt sein Image, als junger, dynamisch, rhetorisch fitter Mann. Er hat einen Migrationshintergrund, hat Wurzeln in Algerien und in Italien. Er stammt aus dem Departement Saint-Saint-Denis, das ist mit eine der ärmsten Regionen in Frankreich, dort aus der Stadt Transy. Er ist mit einer Nichte von Marine Le Pen liiert, mit Nolven Olivier, aber weder er noch sie tragen den Nachnamen Le Pen. Das ist ja der Name, der eigentlich zum Rassemblement National, früher zum Front National gehört hat, wie kein anderer. Aber ja, Bardella gehört nicht desto trotz zur Familie, nur wissen das, sage ich mal, nicht alle, die sich mit Bardella als Figur beschäftigen. Er ist Parteivorsitzender seit 2022 des Rassemblement National, hat den Parteivorsitz schon bekommen, bevor die Präsidentschaftswahlen überhaupt stattgefunden haben, weil Marine Le Pen sagte, ich möchte mich auf die Wahl vorbereiten, ich möchte mich darauf konzentrieren und deswegen gebe ich diesen Parteivorsitz ab. Man hatte lange Zeit das Gefühl, dass sie ihn protegiert, dass sie ihn auch lenkt. Das ändert sich gerade, das ändert sich massiv. Bardella emanzipiert sich von Le Pen, macht sein eigenes Ding, gerade auch über die sozialen Medien, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber was er auch tut, er führt den Kampf, den Marine Le Pen begonnen hat, weiter. Und zwar will er die Partei noch weiter normalisieren. Entdämonisiert ist der Front National oder Rassemblement National in Frankreich längst. Das heißt, er will, dass die Partei noch salonfähiger wird, er will sie noch weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken und er treibt diese Normalisierung voran. Das beste Beispiel haben wir aktuell gestern Abend gehabt, als er in der Fernsehdiskussionsrunde zu den Europawahlen angesprochen, auf das Verhältnis des RN zur AfD gesagt hat, ja, ich distanziere mich oder wir werden uns distanzieren von der AfD. Wir wollen nicht in einer Fraktion im Europaparlament sitzen mit einer Partei, deren Spitzenkandidaten SS-Verbrecher verharmlost. Es ist einfach nicht mehr salonfähig in Frankreich. Und deswegen distanziert sich das Rassemblement National, eine Partei, die als sie noch Front National hieß, einen Parteivorsitzenden hatte, der Jean-Marie Le Pen hieß und der sagte, die Gaskammern seien ein Detail der Geschichte. Jetzt distanziert sich Bardella ganz aktiv davon. Le Pen hatte sich vorher auch schon von der AfD distanziert, als das Treffen in Potsdam bekannt wurde, an dem ja auch AfD-Vertreter teilgenommen haben, teilgenommen haben sollen. Sie hat damals erklärt, das sei mit den Grundsätzen ihrer Partei nicht vereinbar. Dass Menschen mit einem deutschen Pass, in Frankreich wäre es dann der französische Pass, abgeschoben werden, weggebracht werden sollen. Jetzt heißt es von Bardella, die AfD habe eine rote Linie überschritten. Und ja, es ist halt wirklich das, der Punkt, dass diese Normalisierung, ja, es würde nicht gehen. Es würde die Partei, unglaubhaft ist vielleicht das falsche Wort, weil die Grundsätze des Rassemblement National sind doch irgendwo auch gleich geblieben. Sie werden jetzt nur anders verpackt. Aber dass das eben nicht erklärbar ist, gerade den Wählern, die sie jetzt neu dazu gewonnen haben, dass sie mit einer Partei in einer Fraktion sitzen im Europaparlament, die Positionen vertritt, wie sie ein Teil oder ein großer Teil der AfD vertritt. Jordan Bardella, ich habe es eben schon gesagt, verbindet man vielleicht weniger mit Politik oder mit politischen Inhalten, aber dafür umso mehr mit Personality. Als Europaparlamentarier, und da gab es jetzt einige Recherchen von französischen Journalistinnen und Journalisten dazu, hat er zum großen Teil an den Sitzungen im Europäischen Parlament nicht teilgenommen. Wenn man ihn auf konkrete Inhalte des Wahlprogramms des RN für die Europawahl anspricht, in Interviews, was leider nicht oft genug passiert, wie ich persönlich finde, dann merkt man auch, dass er sich nicht wirklich in seinem Wahlprogramm auskennt. Es sind immer nur die großen Platzhalter, die genannt werden. Frankreich first, wir wollen keine Massenmigration, wir wollen die Souveränität Frankreichs innerhalb der EU bewahren, wir wollen ein Europa der Nationen, aber wirklich mehr kommt da nicht. Was dafür kommt, sind Attacken auf seine politischen Gegner. Also es geht gegen Macron, der Frankreich zerstören will, der will, dass Frankreich in der EU aufgeht. Solche Phrasen kommen dann von Jordan Bardella. Nichtsdestotrotz hat man den Eindruck, dass es viele Menschen in Frankreich relativ wenig stört. Bardella ist und bleibt der Spitzenkandidat und er wird diese Wahl sicherlich gewinnen, wenn nicht würde es wirklich mit dem Teufel zugehen müssen in Frankreich. Und er wird sie gewinnen, auch weil er versteht, und jetzt komme ich zu den sozialen Medien, wie man sich dort bewegt und was man dort zu tun hat. Und er bewegt sich auch wirklich gut in den traditionellen Medien. Für die sozialen Medien gebe ich Ihnen mal eine Zahl. Auf der Plattform TikTok hat er 1,2 Millionen Follower. Das heißt 1,2 Millionen Menschen, die sich tagtäglich anschauen, mehrmals täglich wird gepostet, was Jordan Bardella macht. Er postet meistens Videos von seinen Wahlkampftouren, dann sieht man Bardella auf dem Marktplatz. Bardella umringt von vielen jungen Frauen, die ihm Blumen überreichen. Es gibt Sprechchöre, die Jordan Jordan rufen. Er hat einen ganz großen Coup gelandet, als er eine Wahlkampfveranstaltung in einer Diskothek abgehalten hat. Und das wurde auch auf TikTok und Instagram gepostet im Anschluss, wo Mädels in der ersten Reihe stehen. Jordan Bardella steht auf der Bühne und die Mädels schreien, Jordan, ich will ein Kind von dir. Sie lachen, ja, es ist völlig absurd, aber es ist tatsächlich so. Er zeigt sich total nah bei den Menschen. Er versucht, die Leute zu kriegen. Es gibt ein Video, das er gepostet hat, das ich mir gestern nochmal angeschaut habe, wo er auf einem Marktplatz steht und überall da, wo Jordan Bardella ist, ist kein Durchkommen mehr. Und er ist umringt von seinen Sicherheitsleuten. Also wirklich wie ein Popstar. Und es reicht ihm jemand ein Telefon und sagt, da ist meine Mutter dran, da ist meine Mutter dran, die glaubt gar nicht, dass ich hier bin. Und dann geht er dran und sagt, ah, bonjour, Claudette. Ah, oui. Und er fragt zuerst, wie sie heißen. Ah, Claudette. Ah, oui, oui. Es bin wirklich ich. Ja, ja, ich bin es, Jordan. Ja, ich lasse Ihnen ein Autogramm da, das kann Ihr Sohn Ihnen dann mitbringen. Das sind Videos, die zeigen, er ist präsent. Er ist auch nah, im Saarland würde man sagen, nah bei der Leid. Er, ja, er zeigt sich, er gibt Autogramme, er inszeniert sich und das alles ist sehr, sehr kalkuliert. Seit 2019, seit er wirklich aufgestiegen ist im Rassemblement National, hat er einen Coach an seiner Seite. Jemand, mit dem er trainiert hat und immer noch trainiert, wie bewege ich mich, damit es natürlich und locker wirkt. Welche Haltung habe ich wann? Wie bewege ich mich, wenn ich in der Menschenmasse stehe? Wie bewege ich mich, wenn ich am Rednerpult stehe bei einem Parteitag? Wie lächle ich? Am Anfang hat er immer so ganz, ja, so steif und bemüht. Mittlerweile ist das ganz natürlich. Also er hat wirklich sehr, sehr viel an sich gearbeitet, auch rhetorisch und mittlerweile funktioniert es und er zieht die Massen an, vor allem eben auch junge Leute in den sozialen Medien. Was die traditionellen Medien angeht, da bedingt das eine das andere. Wenn man ein Phänomen hat, bar de la mania, wie die Franzosen zwischenzeitlich auch sagen, dann kommen die Medien an dieser Person auch nicht vorbei. Er zieht wirklich fast die komplette mediale Aufmerksamkeit auf sich, weil überall da, wo er ist, gibt es Gekreische, wollen die Leute Autogramme. Er ist sehr, sehr präsent, natürlich. In den Printmedien, zum Beispiel in Medien wie Le Monde, wird versucht, dieses Phänomen einzuordnen und zu erklären. In anderen Medien wie in der eher linksgerichteten Zeitung Liberation wird es sehr, sehr kritisch betrachtet, das Phänomen bar de la. Da wird auch mal versucht, dahinter zu schauen, was sind eigentlich für Inhalte da. Aber zum Beispiel im Fernsehen dominiert die Macht der Bilder. Ein Kandidat umringt von einer Menschenmenge dem Sprechchöre entgegenschallen. Da braucht man nicht so viel einordnen. Oder die Menschen hören nicht mehr zu, wenn eingeordnet wird, weil eben das Bild dominiert. Im Radio ist es so, in den Interviews, die er gibt, da versucht er ja eigentlich die Antworten immer alle so zu drehen, dass es grundsätzlich erstmal gegen Macron und die Regierung geht und von seinem politischen Programm für Europa bleibt relativ wenig übrig. Nichtsdestotrotz hat der Rassemblement National ein Programm für Europa, für die Europawahl und auch dieses Programm ist interessant aufgebaut, wie ich finde, weil es ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung dieser Partei. Der N hat für diese Europawahlen mit Positionen gebrochen, die lange für die Partei nicht verhandelbar waren. Die Tatsache, dass Frankreich aus dem Euro aussteigen will, das hatte die Partei schon 2019 gekippt, das war der erste große Bruch und jetzt mittlerweile ist auch der Frexit-Geschichte, weil raus aus der EU, das hat Großbritannien gezeigt, ist nicht wirklich einfach, läuft nicht wirklich gut, ist mittlerweile ja auch bei einigen Brexit-Befürwortern nicht mehr unbedingt en vogue, von daher hat man sich davon verabschiedet. und sie zeigen sich offen bei einigen wenigen Punkten, was Europa angeht. Das Programm, und auch das finde ich persönlich, ist ein wirklich kluger Schachzug, ist in drei Farben eingeteilt. Grün, Gelb und Rot. Grün steht für Positionen, wo der RN pro Europa ist. Gelb steht für Positionen, wo der RN sagt, Europa ja, aber mit Einschränkungen und Rot steht für Positionen, wo der RN sagt, nicht mit uns. Das ist auf einen Blick gut sichtbar für jeden, der da drauf schaut. Das heißt, wenn ich wissen will, wie steht der RN zum Beispiel zur Freizügigkeit, gehe ich unter den Punkt Freizügigkeit und sehe, der ist gelb. Gelb, weil der RN sagt ja, die Freizügigkeit in der Europäischen Union ist grundsätzlich richtig und wichtig, aber nur für Menschen mit europäischem Pass. Es soll auf Personen beschränkt sein, die in der EU geboren worden sind, die einen europäischen Pass haben und alle, die gültige Visa haben und sich eigentlich auch frei bewegen dürften. Nein, dazu müsste es dann schon eine Einzelprüfung geben nach Ansicht des RN, und dass das einfach so weiterläuft, das wollen sie nicht. Grün zum Beispiel ist, dass der Austausch weiter passieren sollte, also dass es weiterhin Austauschprogramme gibt, Erasmus, da steht der RN voll dahinter, weil es auch einfach nicht mehr salonfähig ist, den jungen Leuten, selbst wenn sie rechts wählen, zu sagen, ja, aber dann müsst ihr euer Auslandsjahr, die Party oder das Lehren, das Lernen im Ausland, das wollen wir dann auch nicht. Nee, die jungen Leute wollen ihr Auslandsjahr machen, die wollen auch was anderes kennenlernen, ob das jetzt das Studium betrifft oder während der Ausbildung, deswegen steht der RN auch weiter dahinter, denn die jungen Leute verprellen, das wollen wir ja nicht, also die wollen sie schon bei der Stange halten und eben noch mehr dazu gewinnen. Dann gibt es die roten Punkte und da merkt man dann, dass das Rassemblement National immer noch das Rassemblement National ist. Es geht natürlich um Migration, es geht hauptsächlich um Migration, Massenmigration ist das Schlagwort für den RN, ebenfalls rot ist das Subsidiaritätsprinzip, also dass sich europäisches Recht teilweise über nationales Recht stellt oder auch die Frage mehr Befugnisse für das Europaparlament und die Kommission, nee, eigentlich weniger beziehungsweise eigentlich am liebsten gar keine. Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik eigentlich auch nicht und die gemeinsame Außenpolitik, auch die steht eher unter dem roten Punkt aller Limit noch gelb mit extrem vielen Einschränkungen und das zeigt eben ganz klar, wie sehr diese Partei versucht, auf der einen Seite ihr rechtes Image abzulegen, aber es bleibt weiter eine nationalistische Partei, die gegen Einwanderung hetzt, die eine Frankreich-First-Politik will und die die EU-Institutionen aushöhlen will. Dazu ganz passend auf Listenplatz 2 des Rassemblements nationales steht Fabrice Légerie. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt. Fabrice Légerie ist der Ex-Frontex-Chef. Die Partei betont das immer wieder auch, um zu zeigen, ja, bei uns stehen sogar Menschen, die in hohen Positionen von europäischen Institutionen waren auf der Liste. Das heißt, wir stehen diesen Institutionen ja auch offen gegenüber. Légerie ist als Frontex-Direktor zurückgetreten, weil es 2020 Recherchen von mehreren Journalisten unabhängig voneinander aus Europa gab, unter anderem aus Griechenland, die gezeigt haben, dass er als Frontex-Chef nicht nur von den Pushbacks im Mittelmeer wusste, dass er sie auch aktiv unterstützt hat, aber ja, das wird nicht allzu hoch gehängt beim RN, wenn es um ihn geht. Zumindest dem, sage ich mal in Anführungszeichen, eher nicht informierten Wähler, dem kann das entgehen. Bei RN-Anhängern ist das natürlich ein Pluspunkt. Und es gibt eine Klage gerade im Moment von Menschenrechtsorganisationen gegen Fabrice Légerie wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Beihilfe zur Folter, eben wegen dieser Pushbacks. Und auch diese Klage instrumentalisiert Légerie und auch der RN für sich und sagt, ja, das ist ein politisches Manöver der Linken, das ist eine Kampagne, die gegen uns gefahren wird. Und all diese Punkte, die auch Légerie vertritt, gerade in Bezug auf die auf die Immigration, die vertritt natürlich Jordan Bardella als Spitzenkandidat nach außen und er tut noch wesentlich mehr. Herr Holl hat es eben schon angesprochen, er stilisiert diese Wahl zum großen Test, zum großen Test für die Präsidentschaftswahlen 2027. und auch das mein persönlicher Eindruck, er hat es, finde ich, geschafft, Macron das Zepter aus der Hand zu nehmen und den Spieß umzudrehen. Macron hat schon 2017 und noch viel stärker 2022 zwei Pole aufgemacht bei der Wahl. Es gibt die, die für die Demokratie stehen und es gibt die, die dagegen sind. Also es geht nicht mehr um links und rechts, es geht nicht mehr um konservativ und sozialistisch, sondern es geht um diejenigen, die für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung stehen und die, die das nicht tun. Das heißt, er wollte damit eigentlich sagen, außer uns gibt es keine Alternative. Das sagt jetzt Bardella. Außer uns gibt es keine Alternative. und auch das ist eben Teil dieser Wahlkampfstrategie. Macron steht innenpolitisch nicht wirklich gut da, weder er als Person noch die Politik seiner Regierung, den Schachzug Frankreichs jüngsten oder Europas jüngsten Premierminister Gabriel Attal einzusetzen, zieht auch nicht mehr so, wie es am Anfang ausgesehen hat und abgesehen davon Jordan Bardella ist noch wesentlich jünger als Attal und charismatischer, zumindest in seinem Auftreten und präsenter, vor allem in den sozialen Medien. Dieses Parteienbündnis von Macron hat keine Mehrheit im Parlament seit den Parlamentswahlen im Juni 2022 und es ist auf die Stimmen hauptsächlich der konservativen Republikan angewiesen, wenn es um Gesetzesentwürfe und um Gesetzesvorhaben geht und diese Stimmen der Republikan sind auch umkämpft und zwar auf der einen Seite von Macrons Bündnis und auf der anderen Seite vom RN und der RN schafft es immer auch wieder Politiker, Abgeordnete, die am äußersten rechten Rand der Konservativen stehen, gerade die wirklich erzkatholisch-konservativen in Frankreich zu ziehen. Es gibt Leute, die die Partei gewechselt haben, die von den Republikanern gesagt haben, das ist mir hier mit Macron, das geht alles nicht, ihr macht da zu viel gemeine Sache, die zum RN gewechselt haben und der RN sitzt mit 89 Abgeordneten in der Nationalversammlung. Das sind so viele Abgeordnete wie noch nie in der Geschichte der 5. Französischen Republik und das heißt für Badella auch, er führt jetzt einen Wahlkampf gegen Macron vor allem auf innenpolitischer Ebene. Es geht wenig um die Europawahlen und das erzählt er auch immer wieder. Wenn der RN, so sagt er es, mit großem Abstand gewinnt, dann muss auch die aktuelle Zusammensetzung des Parlaments infrage gestellt werden und in letzter Konsequenz auch die Regierung. Das heißt, er baut ein Bild auf, wenn wir diese Wahl mit großem Abstand gewinnen, können wir die Regierung stürzen und er sagt gleichzeitig, ich bin auch bereit, Premierminister zu werden. Und damit sind wir beim Ausblick, bei den Folgen, die diese Europawahl für Frankreich haben kann. Macrons Bündnis, auch das wurde eben schon angesprochen, wird gerade nicht nur von rechtsaußen, sondern auch von linker Seite attackiert. Die Sozialisten haben es erstaunlicherweise geschafft, einen Kandidaten aufzustellen, der bekannt ist, der dynamisch ist, Raphael Kluxmann, Europapolitiker und Journalist, der wirklich auf der sozialdemokratischen Seite nicht, also sich auch klar distanziert von Leuten wie Jean-Luc Mélenchon und der France Insoumise, den Extremlinken, der wirklich wieder eine Art Hoffnungsträger für die Linke sein kann. Der holt gerade ziemlich auf, der liegt den Umfragen zufolge bei rund 13%, zur Erinnerung Macrons Parteienbündnis bei 15% bis 16%. Wenn es ganz, ganz blöd läuft, wovon ich erstmal nicht ausgehe, aber wenn es ganz, ganz blöd läuft, dann könnte Macron beziehungsweise seine Spitzenkandidatin und sein Parteienbündnis nur auf Platz 3 landen. Das wäre dann, glaube ich, wirklich katastrophal. Und hinzu kommt, dass die Spitzenkandidatin von Macron eine Europaparlamentarierin ist, die sehr fleißig ist, aber die kein Mensch kennt. Valérie Ayer kennt in Frankreich, glaube ich, mittlerweile vielleicht ein paar Leute, die sich für Politik interessieren, die Debatten im Fernsehen verfolgen, aber ansonsten kennt sie niemand. Als es darum ging, dass der N mit dem Parteienbündnis von Macron diskutieren sollte, debattieren sollte, hat Macron seinen Premierminister geschickt, was schon zeigt, dass es hier nicht weder der einen noch der anderen Seite um die Europawahlen geht, sondern dass es wirklich um knallharte innenpolitische Gewinnung, Gewinne oder Verluste auf innenpolitischem Territorium geht. Ja, und auch das ist natürlich, dass die Kandidatin so unbekannt ist, Valérie Ayer ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen des RN, denn Jordan Bardellat kennt, ich glaube, mittlerweile jedes Kind in Frankreich. Und sollte der RN tatsächlich gewinnen, das heißt sollte, er wird sicherlich gewinnen, dann werden die Zeiten, glaube ich, für Macron noch wesentlich ungemütlicher, als sie es ohnehin schon sind. Auf der anderen Seite, dass es wirklich zur Auflösung kommt des Parlaments, dass die Regierung neu gewählt wird, dass Jordan Bardellat Premier Minister wird, das halte ich als Konsequenz aus diesen Wahlen für relativ unwahrscheinlich. Die Frage ist, was im Herbst passieren wird, wenn die Wahlen durch sind, wenn die Olympischen Spiele durch sind, dann wird in Frankreich der Haushalt beschlossen werden müssen, da die Regierungspartei oder das Bündnis keine Mehrheit hat, stellt sich die Frage, werden sie es durchdrücken oder werden sie es ohne Abstimmung im Parlament machen mit dem Verfassungsartikel 49 3, von dem Sie bestimmt auch schon gehört haben. Das ist ein Verfassungsartikel der es eben erlaubt zu sagen, ein Gesetz ist angenommen ohne Abstimmung im Parlament, sofern nicht ein Misstrauensvotumsantrag gestellt wird und sofern die Regierung das Vertrauen nicht verliert. Der letzte 49 3 ist sehr knapp ausgegangen für Macron. Ich glaube, es waren neun Stimmen, die gefehlt haben, damit das Misstrauensvotum durchging. Spannend wird die Frage, ob es dieses Mal einfach durchgehen wird. Dann hätten wir nochmal eine ganz andere Situation. Und die nächste Frage ist, und auch das kann man gerade im Moment, finde ich, ganz schwer abschätzen, ob dieser Sieg das Rassemblement National erringen wird, ob es tatsächlich so viel Rückenwind geben wird, dass er trägt bis 2027 oder ob die Partei an einen Punkt kommen wird. Das habe ich gerade eben schon kurz angedeutet, dass Jordan Bardella gerade dabei ist, Marine Le Pen den Rang abzulaufen und das sieht die Parteichefin nicht so wirklich gerne, ob es da zu innerparteilichen Grabenkämpfen Streitigkeiten kommen wird. Würde der Partei schaden? Auf der anderen Seite haben sowohl Marine Le Pen als auch Jordan Bardella seit dem katastrophalen Auftritt von Le Pen 2017 in der TV-Debatte bei den Präsidentschaftswahlen wirklich gute Berater und die werden glaube ich den Teufel tun und ihnen auf jeden Fall davon abraten sich zu streiten. Die Frage ist halt, ob der Rückenwind trägt bis 2027 was bis dahin passiert, aber dass das Rassemblement National die Europawahlen haushoch gewinnen wird und dass Macrons Parteienbündnis wirklich unterlegen sein wird, das ist sicher. Vielen Dank.